da sind wir wieder hier auf unserer kleinen insel ich hoffe es ist eine insel zusammen mit der lieben sarah hallo sarah und mit prometheus hallo prometheus und mit borstenmaul hallo borstenmaul wo bist du begrüße euch alle zusammen hallo sarah hallo ritchie hallo prometheus ja hallo youtube prometheus ritchie und borstenmaul hallo ihr drei ja im letzten part haben wir versucht nöte zu bauen die hat uns aber einer wieder kaputt gemacht ich guck mal ich hab noch drei punkte ihr habt alle so viele punkte ach die habe ich schon gelernt wie war das mit roh hat jemand stroh für mich ja ich komme ich komme jetzt zu euch dann gebe ich euch stroh ich muss also töten gehen ja und dann in der ecke suchen entweder da was von was stabileres bauen oder noch mal die gegend etwas wechseln aber wir kommen ja sonst hier ganz gut zurecht also ich bin eigentlich recht glücklich hier nur wie gesagt wenn das vier jedes mal kommt und uns bei uns alles kaputt macht haben wir schlechte karten so wer brauchte stroh ich brauche stroh dann kann ich noch mehr kisten bauen da sind viele dritte soll das ist noch böse 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 dinosau nee das kann böse so dann schmeiße ich jetzt eben stroh raus 100 stück fallen lassen ach ja klar ich habe das gefühl der radius ist noch kleiner geworden fallen lassen habe ich habe ich habe ich habe ich sag bescheid wenn du noch mehr brauchst kann man auch gleich mehr ich guck level 12 ist ja noch ganz jung hast du ein dodo gezähmt nein ich wollte mir die steinschleuder mal herstellen schon alles abgeerntet hier kriege ich gar nicht mehr aus das war ich ja macht ja nix aus kein problem nach mir überladen ja genau ich baue aber noch eine daneben das geht ja noch relativ schnell zu dritt dass die voll sind ja das stimmt so inventar das ist verdorben auszuschmeißen fallen lassen genau was kann ich denn in die nebenhand packen prometheus also es gibt zum beispiel schild also ich glaube man kann nur schilderein ach so alles klar habe verstanden danke dir weiß bescheid dann hauen wir doch ein bisschen auf die bäume ich bin tot wieso was hast du wieder gemacht ich war an den kisten habe was eingeladen und ich glaube ich bin zu schwer wahrscheinlich hier hast du nichts getrunken und nichts gegessen oh ja ich habe noch nie was getrunken oder gegessen hier wir haben schon eine nacht überstanden so was kann ich denn bauen während ich tot bin wurde mir eine stimmbäre zugesteckt das war ich so die schwarzen bären machen betäubung und die weißen bären machen wachen wach ach so wenn jemand bewusstlos ist dann kann ich dem die geben füttern sage ich mal wie bei den dinos auch und dann wacht er wieder auf dann ist man schneller wieder bei bewusstsein ach so ah das ist gut also hast du mich gezämmt jetzt ich schätze mal dass man ein dass einfach die die ausdauer weg war dann gibt man einfach um ich habe ja doch gegessen habe ich immer ich habe immer bären gegessen viele aber irgendwie habe ich jetzt aber ihr habt ja fleisch in der kiste warum es sich das geht ja kaputt genau ich habe so viel in feuer auch gesteckt gehabt das ist gut ich habe so viele samen hier steine so weißt du prometheus zufällig wie ich wasser in den wasserbeutel kriege wenn man im wasser steht einfach die slotnummer drücken in dem der sagt drin ist meine ich oder der schlau alles klar prima das wäre dann noch mal noch mal die zahlen sind ja so klein sich noch nicht mehr mit brille das finde ich auch eventuell die sieben was ist denn unter dem wassertropfen ist das nahrung das ist die nahrung das sieht aus wie so ein schinken ja genau wer hat denn hier schon wieder hier so ein haufen hingelegt mit fallen gelassen vom prometheus das war bestimmt ich ja genau das geräusch hatte ich gerade noch wahrgenommen lauter sättel oder was sind das leuchtpistole ach das ist ein paket wahrscheinlich vom sterben von den vielen fallen gelassen vom prometheus diese ganzen kisten die da rumliegen ja das ist müll das ist das das sind diese komischen teile diese die man am handgelenk hat die habe ich alle rausgeschmissen nein hier sind ja sattel das sind dinger die sind nur die kostet mir nen sattel die das ist dann das sieht also so kann ich kein wasser sammeln und ich kann auch ohne die in der hand nehmen ich muss level abmachen gut um dich verliert aber langsam das wasser ja gewicht aber ich weiß nicht wie ich das wasser bekomme ich versuche es auch mal das ja wenn man im wasser steht dann drückst du die slot gemacht und dann bläht er sich so leicht auf mal gucken was ist denn hier alles alles müll das das sind alles pakete die rumliegen ja hat prometheus hingeschmissen das ist all das zeug wo man eigentlich nichts mit anfangen kann außer diese sattelteile wenn man die über den satte drüber stück kommt dann bekommt er ein anderes aussehen zum beispiel oder diese brille ist da glaube ich bei oder der hut auf die mütze angewandt dann hat man diesen tropenhut auf anstatt der normale diese gebundene mütze da aus stoff oder faser ich weiß das immer raus weil es nur das inventar verstopft aha jetzt habe ich ganz ja ich habe jetzt ganz viele brillen ich kann die aber nicht aufsetzen jeder kann man nur einmal eine nehmen und auch zum beispiel auf die gut anwenden und dann hat man eine brille auf ach so jetzt habe ich es geschafft hat sich aufgebläht wasser drin wunderbar ja hier sind auch ein paar kisten was ist das hier von mensch fallen gelassen vom mensch das ist wahrscheinlich von einer und wie man das gleich ach so das hat dings hingeschmissen glaube ich wir müssen uns angewöhnen die sachen ins wasser zu schmeißen oder sowas was denn was vergammelt das fleisch und so nein das vergammelte fleisch brauchen wir lasst das mal nicht wegschmeißen ach so für die tiere alles klar ok ja da machen wir narkotikum mit rausklappen bären oder so dafür eine kiste machen haben wir noch holz ja haben wir noch ich weiß ich habe jetzt das ganze inventar voll mit brillen ich habe hier so viele brillen braucht jemand eine brille ich tausche eine brille gegen holz ich weiß nicht eine brille gut hüte habe ich hier ganz viele wunderkerzen ach alles mögliche das alles von mir ja ja genau genau wo ich gerade sagte da liegt ganz viel überraschung so viel voll moment hier ist nichts drin das ist auch nichts drin da ist es drin ok wir brauchen was brauchte ich was habe ich gerade holz habe ich gesagt wo bauen wir den moment hier ist das gute fleisch drin gegenüber baue ich dann das gammelfleisch in ok etwas für das gammelfleisch eine kiste gutes fleisch gegenüber gammelfleisch habe eigentlich noch unser lagerfeuer oder ist das der match das hat er leider auch vermichtet ok weiß ich was ich jetzt baue ich bin aber überladen neue level verfügbar ja bei mir auch tja ja wir hatten ja gesagt arbeitsteilung aber wir leben ja so schlimm ist schnell ich nicht also ich würde ich werde den mörser bauen wenn das okay ist habe ich schon ach so ja habe ich noch nicht gebaut aber nicht mach ruhig mach ruhig ich kann mich ja nicht okay ich habe narkosemittel jetzt gelernt aber dann schaffe ich ja nicht kann ich das bei der mörser dann machen wir den mörser dahin stellt das müsste klappen weil wir in einem plan sind jeder und stein brauchen wir reicht das mit dem inventar ich renne jetzt zum meer und baue da eine kiste moment ich brauche holz und baue da eine kiste und da schmeißen wir immer die wunderkerzen und brillen und sowas rein ja also man kann das aber auch liegen lassen dass das die sport an einer zeit ich habe den de-spawn glaube ich sehr 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 ach so ja dann brauche ich holz dann haben wir nichts mehr in der kiste an holz aber ich glaube wir brauchen sowieso dann holzkiste extra für holz oder schon ich wusste nicht dass die so schnell voll sind aber gut so ab zum strand kiste ich schwebe ich bin leicht wie eine feder kann man was das bewegen wie hast du das wie hast du das geschafft ich glaube wie im traum muss irgendwie zeuglos werden nicht dass ich das ganze gute holz für so ein schmarrn hier verwende ich sammle gerade die teile was brauchst du dafür leder sich noch brauche ich brauche noch genau ich brauche noch zwölf leder und stein brauche ich auch noch an die 60 stück aber das habe ich hier schon aber bin ich schon am sammeln jeder werde ich gleich ein paar dodos leider gottes erledigen ok ich werde noch mal ein so wo war jetzt verdorbenes fleisch drin gegenüber von dem guten fleisch ja schön immer wieder begeistert ok ich sehe schon was ich als nächstes lernen muss gut dass ich mir da ein paar punkte aufgespart habe so wie habe ich jetzt 23 ich lasse mal diese pistolenteile jetzt mal im tier fallen ich level ja doch scheinbar ich habe ein paar punkte bekommen irgendwo her da sind schon ich habe ganz viele sammeln auch da habe ich eine extra samenkiste schon hingestellt ok so wo ist das verdorbene fleisch es ist glaube ich noch kein verdorbenes fleisch drin ich habe nur die kisten schon mal hingestellt dann nehme ich jetzt die erste kiste hier da ist glaube ich nur eine kiste übertragen fertig oder habe ich dann mehr gebaut jetzt muss ich richtig seine kisten suchen mit samen ich bin nämlich voll mit samen das ist die linke kiste das verdorbenes fleisch da kann man was von reinlegen hier nicht auch voll mit so was ist denn hier drin hier ist eine leere kiste leere kisten riche wo baust du denn überall wo bin ich denn hier ich weiß nicht leere kisten früchte was ist das fasern früchte wo sind samen riche hier bei mir wo bei dir wo bist du da hinten hier das macht ja spaß wir können richtige schilder bauen und so stimmst du noch stein ich brauche nur noch leder eigentlich zwölf stück dann kann ich diesen mörser bauen alles klar ich suche grad schon bodos ich muss ja mal ein paar steine loswerden fallen lassen stapel teilen menge teilen halbieren so und dann raus damit fallen lassen ne wunderkerze skin das ist auch alles müll würde ich jetzt mal hier hin am wasser das ist aber ein wetter hier leder brauche ich leder 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 und noch mal leder keine dodos mehr da braucht jemand nur hose ich habe nur hose zu viel gebastelt ja ich habe keine wo bist du ich stehe am lager hier okay ich schmeiß sie raus ja ich bin hinter dir gut ich nehme sie sofort gleich so hinter dir und was machst du hier überall rein kann ich da zum beispiel kohle rein machen wo haben denn für kohle haben wir noch nichts keine kiste noch keine kiste soll ich die am feuer machen die kiste für kohle ja da brauche ich stroh und holz gerade ich gucke mal ob wir was drin haben hier stroh regen steht der dunst kreis schon auf maximal wer steht wo der dunst kreis den kreis in dem wir uns von dir weg bewegen dürfen das ich habe da jetzt nichts geändert ich habe das so übernommen wie das jetzt so voreingestellt war dann guck wenn es möglich ist mal erweitern noch dass wir mal ein bisschen weiter weg kommen weil wir haben wir keine tiere mehr die wir im moment jagen können okay ja wir sind am ende der folge auch dann kann ich ja gleich mal gucken nahkampf ich habe immer noch kurze haare bei dir wachsen jahre immer so schnell ja ich weiß auch nicht ich bin nämlich palmolive oder nein head and shoulders head and shoulders von palmolive bekomme ich kein geld offizieller sponsor dieser folge head and shoulders ja wir sind am ende der folge liebe welt da draußen wir bedanken uns für euer zusehen für eure kommentare und für eure likes bis zum nächsten mal tschüss macht gut ihr lieben tschau bis zum nächsten mal wieder bis zum nächsten mal excus bis zum nächsten mal